So, jetzt gehts mal mit vier Fragezeichen. Du weißt, was Sache ist. Will dich wieder schreien hören. Das ist was anderes, Schatz. So, jetzt sind wir, er ist der Halt. In diesem wunderschönen Land laufen Bambis, oder? Okay, aber könnte sein, dass ich später... Später kurz müsste. Oh, geil. Bambi, du bist echt komisch. Ein Psycho Bambi. Trotzdem, ne, selbst der vierte Teil wieder so geil gezeichnet. Ja klar, ich bin wieder überleidend, es war wieder so knapp. Alles klärchen, wenn vielleicht bis morschen, Fianna. Ich hab da so ein Glas runtergefallen. Was soll denn das heißen? Ich hab so das Gefühl, dass ihr mich alle jagen wollt. Nur bin ich immer so unschuldig. Trotzdem, bin ich immer so unschuldig. Trotzdem, bin ich immer so unschuldig. Der andere läuft mir immer hinterher. Und das mit dem Speed. Oh, krass. Das wird jetzt besendet. Ah! Ah! Ach, komm schon! Ah! Ich hab nicht damit sofort gerechnet, ist dein Wulf. Oh! Mein süßer Schlei, wa! Ach, ja! Ach, ja! Ach, ja! Du bist dadurch so normal. Ich hab dich damit gerechnet. Ach, ja! Ach, ja! Ach, ja! Ach, ja! Sorry, Wölfchen. Hm. Ist das auch noch wie? Wie groß ist denn die Map diesmal? Geht da sogar hier oben was? Oh, leg mich am Arsch. Die Map ist diesmal riesig. In dem zweiten Teil war das ja schon hart. Weil man ja durch mehrere Maps gelaufen ist. Denn eine Map so groß ist schon heavy. Ich krieg jetzt nicht an wie deine Frau. Nee, nee, nee. Ich krieg die Gelte wie ein Gerl. Wie viele Memme. Hier geht es irgendwie tief runter. Die Finger werden, Torben. Naja, du sagst nicht, wie die Finger sind. Dann geht das ja noch. Hey, das ist eine Mandschuhe. Wie cool. Äh, die Mütze ist kaputt. Cool. Nee, nur zerlegen. Das heißt, ich habe gar keine Kopfbedingungen. Tatsächlich. Drecks Wolf. Drecks Wolf. Ich die nochmal in die Finger kriege. Ich bringe so viele Sachen in den Spielen um. Irgendwann verliert man die Übersicht. Irgendwann bei der Blütspür. Oh, das ist ein totes Bambi. Okay, damals sind mehr als viel Spielen gespürt und Werkzeugen verlor ich. Ach, das ist. Kann ich es denn nicht mit meiner Körperwärme wärmen? Na, das ist ein? Ne Höhle. Irgendwann läuft er vor. Also, boah. Ich bin scheiße überladen. Aber die Blütspür geht dahin. Der wäre nicht weggegangen. Ich kann immer mehr Essen benutzen. Ich kann mich noch dran erinnern, dass Betten anders aussehen. Wenn ich nicht derjenige bin, der gerne auf Fußblüten schlägt. Mal bequemer. Machen wir erstmal ein Feuerchen. Gesundheit, mein Schatz. Ja, du hast es ausgenaußen. Schäme dich. Ab in die Ecke. Sütchen nicht vergessen, Schatz. Okay. Brenn, 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 brenn. Geht doch. Seht und bestaunt mein Werk. Ich habe Feuer gemacht. Es ist immer Zeit. Da hin. Das ist immer ein Fett. Das sind mich vier Stunden. So lange brennt das Feuer nicht. Deswegen werfe ich gerade Kohle rein. Jetzt habe ich definitiv genug Zeit dafür. Und tot. Das ging eben gerade so schnell. Letzter Checkpoint von 54 Minuten. What the fuck? Ein Softspiel? Ne. Oh. Alter. Der fucking Wolf ist weg. Ich bin gerade sowas von schnell, dass das weg war. Ich habe eine Jacke an. Hier, aber Dings ist es aber ganz schnell weg. Und dann... Danke, Scheiße. Ist mein Wolf weg? Ich habe erst zu spät gesehen, dass da unten mein Leben weggeht. Und dann war das aber auch so schnell weg. Und dann war das aber auch so schnell weg. Ich wollte mir so leckeres Fleisch machen. Ja, die bist so blöd, um Feuer anzumachen. Dann werden wir uns jetzt einfach so auf und trinken. Dann werden wir uns jetzt einfach so auf und trinken... Und trinken eine Tasse Kaffee. Ist zu blöd, gerade Feuer zu machen. ich habe aber nicht genossen das war max er die ganze zeit gepustet er wollte mich ärgern er wird einem wieder ganz schnell wohlig war irgendwie was davon jetzt haben wir das jetzt müssen wir den ganzen weg wieder zurück latschen boah das ist gerade super gemein ich werde hier mal kurz zwischenspeichern wie jetzt einfach mal aufbrechen wie schon der wolf geklaut wurde jetzt stöhnt er wieder wie so ein berserker ich habe so ein dumpes gefühl dass die wölfe was haben gewonnen ich habe so ein dumpes gefühl dass die wölfe was haben gewonnen ich bin aber nicht nett wir sind schon mal auf dem richtigen weg wieder wo wir in tierung sind hier habe ich weiß ja dass wir zurückgehen um den wetter da zu retten bei welcher normalen typ würde zurückgehen für max der werte wäre ja würde ich zurück ja definitiv dass meine frau erst recht weil er ist irgend so ein typ der mir da so ein bisschen was erzählt hat deswegen gehst du ja auch du achso mh ok den wolf haben sie hier liegen lassen ja hm ich könnte aber ne ich bin nämlich schon überladen ich möchte es eigentlich aber mh 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 vielleicht beim nächsten mal habe ich so diesen dämchen fleisch gewonnen das heißt wölfe kommen und noch bin ich gerade teilweise uninteressant für die wölfe hier außer dass sie mir einliegt guck mal was da hängt aha im dritten teil suchst du danach wie so bekloppt ne und hier hängt es einfach mal so nebenbei rum ich bin schade dass man nicht so genau sieht erst beim laufen wann die ausdauer regeneriert ist aber trotzdem es ist wieder geil gemacht ja ist gleich ein spielbares gemälde da hätte er doch nur mal im schulsport besser aufgepasst und mitgemacht stelle ja kandische flagge oh kandana mir weiß ich aber davon nicht wo geht die nationale nach wie ist das riesenberg Okay. So. Ist hier ein Wolln? Warte. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Überlebt. Jetzt bin ich mir hier so ein... Nein, egal. Wir haben uns dafür entschieden und so lassen wir es auch. Nicht die Knarre hier irgendwie reinpacken oder so, weil ich glaube nicht, dass die mir erlauben, da mit Knarre rumzulaufen, oder? Dass die da reinpasst? Ich denke mal hier rüber, ist ja eh kaputt. Ich... Ja, die passen da rein. Cool. Gute mal, dass die mir das nicht erlauben werden. Bei der Signalpistole bin ich mir da auch sicher, dass die mir das nicht erlauben werden. Abmacher lassen wir mal hier. Ja, die Munition auch. Kommen wir noch auf dumme Ideen. Und dann haben wir jetzt mal alles rüber geworfen. Das ist jetzt so, ne? Speichern wir das einmal ab. Dann mache ich jetzt Feierabend für heute. Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, ich würde jetzt auch viel lieber mehr machen, aber wir machen jetzt einfach Feierabend. Von daher wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mich freuen, wenn wir uns morgen wieder sehen. Und dann bin ich erstmal raus für heute. Ciao, tschü und bye, bye.